Wir stellen Tiermedizin her. Ja, es war schon erstmal ungewohnt, sich ständig umziehen zu müssen. Aber da gewinnt man sich relativ schnell dran. Ein Bekannter hat mir von dem Beruf erzählt und dann habe ich mich erstmal informiert und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich für diesen Beruf zu bewerben. Ich bin aktuell in der Einwaage tätig. Also ich wiege halt die Produkte, die für die Herstellung sind, ab und ab und an bin ich auch mit bei der Herstellung dabei. Also Berufsschule habe ich im Moment zweimal die Woche in Oldenburg und im zweiten und dritten Lehrjahr haben wir dann nur noch einmal die Woche. Ja und da lernen wir halt so Chemie, Physik und Mathe ganz viel. Für die Ausbildung mitbringen sollte man auf jeden Fall mathematische Kenntnisse, Interesse an Chemie, dass man teamfähig ist und Wert auf genau arbeiten legt. Man kann ja nicht einfach zu viel oder zu wenig abwiegen, dann stimmt das Produkt nachher nicht mehr. Ja, ich wollte schon in dem Beruf bleiben und ich denke mal, da gibt es auch recht gute Aussichten hier oder gegebenenfalls auch woanders.